Musik Ich finde es cool, dass wir das als Schule machen. Das ist ein gutes Beispiel für die ganze Gemeinde. Unsere Eltern können auch Solarzellen kaufen. Dann wird das ganze Thema etwas aktueller für uns. Wichtig ist, dass sie richtig gesteckt sind. Auch wenn sie nicht richtig gesteckt sind und der Strom fliesst, kann es einen Funken schlafen. Die Schulpflegeelsau unterstützt eine Solaranlage, weil wir der Meinung sind, dass nachhaltige Energie gefördert werden sollte. Zudem ist das in unserem Bildungskonzept ein verankerender Punkt. Wir möchten einfach aufzeigen, warum und woher der Strom kommt und für was wir den Strom brauchen. Darum waren wir Feuer und Flammen, die vor gut einem Jahr an uns getreten wurde, aus dem JZZ-Projekt heraus so ein Projekt zu lancieren. Ich bin sehr erstaunt über den Einsatz von allen Schülern. Es ist nicht selbstverständlich, dass man in dieser Temperatur und auf einem Flachdach so einen Einsatz zeigt. Das Interesse der Kinder ist sehr gross. Sie haben sehr viel Freude. Sie sind interessiert und wollen auch viele Sachen wissen. Auch für mich macht es extrem viel Spass, dass ich in diesem Projekt tätig bin. Wirklich sensationell, was ihr hier durchzieht und euer Ergasma für unsere Zukunft. Genial einfach. Das JZZ-Projekt ist auf einem Drei-Säulen-Prinzip aufgebaut. Und zwar Solaranlage, Community und Bildung. In der Bildung geht es darum, dass wir mit Bildungsinputs arbeiten, wo wir die Lehrer sowie die Schüler begleiten. mit verschiedenen praxis- und erlebnisorientierten Aktivitäten zum Thema Klima, Energie und Nachhaltigkeit. Bei der Solaranlage geht es darum, wie heute an einem Baustellentag, wo die Schüler auch die Möglichkeit haben, erlebnis- und praxisorientiert zu arbeiten. Und zwar mit dem Montageteam auf dem Dach, wie hier oben in Elsau-Schlatt. Und bei der Community geht es darum, dass wir natürlich auch die Eltern und Gemeinden in dieses Projekt mit einbeziehen. Dass es eben nicht nur der Auftrag ist von den Lehrern und den Schülern, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, sondern dass auch alle einen Beitrag dazu leisten, dass die junge Generation auf so wichtige Themen sensibilisiert wird. Überzeugt hat mich von Anfang an, dass die Schülerinnen und Schüler handelnd etwas lernen. Wir installieren einerseits Solardach, und andererseits lernen sie gleichzeitig gerade etwas über Energiefragen, über den Klimawandel, Nachhaltigkeit, so Hand in Hand arbeiten können. Aber dort wird alles auf und wedstuhhiert haben, Jud diablos declare, baj Jürgen représente hör einfach bei auch